Einige von euch haben vielleicht schon von der Killer-Clown-Welle in Amerika gehört. Meistens irgendwelche Volltrottel, die sich verkleiden, an den Straßenrand stellen und Leute erschrecken. Und teilweise halt auch echte Killer. Die meisten von euch kennen meine Mario & Luigi Real Life Serie, die ich auf YouTube habe. Und viele warten auf den dritten Teil. Und weil der dritte Teil, den ich gerade drehe, so ein Riesenprojekt ist, wollte ich davon ein Making-of machen. Also hab mein Alltag gefilmt. Wir fahren jetzt zu der Stelle, wo ich die krasse Verfolgungsszene für Mario & Luigi Part 3 aufgenommen habe. Und ich denke, die Fragen werde ich da beantworten, weil sich das von der Atmosphäre her am besten ergibt. Der zweite Teil ging damit zu Ende, dass Luigi aus dem Raum gestürmt ist. Und Mario dann ein paar Sekunden hinterher. Im dritten Teil, das Spoiler ich jetzt, fängt es damit an, dass Mario Luigi im Wald jagt. Also es gibt eine Verfolgungsszene. Hier haben wir die Szene gemacht, wo quasi Mario hier raufläuft und sich vor Luigi versteckt. Wenn Luigi hier drunter steht, auf ihn raufkommt und wir die erste Kampfszene haben. Mega, mega heftig. Und es gab einige Fragen zu dem dritten Teil und die werde ich jetzt beantworten. Also hab ich das getan. Ich hab mich genau an den besagten Baum gestellt und eure Fragen beantwortet. Die Frage von Lena ist sehr gut und zwar wird daraus eine richtige Serie. Ich weiß also nicht, ob ich wirklich eine richtig krasse Serie draus machen soll, weil ich einfach nicht die Leute dafür hab. Man kann eigentlich schon etwas draus machen. Also es hat auf jeden Fall Potenzial und ich freu mich auf die weiteren Teile. Wir hatten wirklich extrem Spaß am Set. Also es war wirklich gechillt. Bruder, Wanda, das ist mein Wald. Mein Gebiet hier, alles. Alles gehört mir, Wanda. Hallo, hier bin ich. Jetzt kommt der Crazy Shit, okay? Ich bin meine Aufnahmen durchgegangen, um den Mikrofonpegel zu checken, weil ich mir nicht sicher war, ob alles richtig eingestellt war. Und dann hab ich was krasses gesehen. Dicke, warte mal, warte mal. Guck dir das mal an, Dicke. Was ist das? Ey, chill mal. Cool finden, aber die können generell nichts dagegen machen, weil ich benutze keine Musik, ich benutze keine copyrighted Sachen von denen. Steht doch hier. Von daher ist alles okay. Genau da, Dicke. Genau da stand jemand. Was ist denn das? Ich hab legit Angst. Hör auf. Sei ehrlich, ist eins ein Prank. Nein, Dicke. Was ist denn für ein Prank? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, was für ein Prank? Siehst du das nicht? Hast du irgendwie Paranoia oder so? Ja, okay, lass schnell zu Ende drehen. Ich will, lass einfach schnell drehen. Okay. Ich dachte immer noch, mein Kumpel hat mich geprankt oder ist dabei, mich zu pranken. Und ich hab dann einfach weitergemacht, hab drauf geschissen. Ich wollte mein Video dadurch nicht versauen lassen. 2.000, 3.000 Euro, so ein richtig professionelles... Hey, Jem, irgendwas ist denn bei dir? Guck selber. Dicke. Sei ehrlich, pranks für mich? Nein, warum sollte ich das machen? Dicke, der kommt. Dicke, was ist hier? Ich hab trotzdem ein Video gewittert, was ich euch hätte zeigen können und wollte das Ganze nochmal filmen. Ich glaub, der ist weg, geh mal die Kamera. Ist nicht mehr da. Ja, was war das? Keine Ahnung. Dicke, lass einfach... Warte, unsere Sachen liegen noch da. Ich hol die schnell. So? Komm, lass die. Da war doch irgendwas, Alter. Schnell, komm. Wir sind ziemlich weit gelaufen und kamen dann an eine ziemlich offene Stelle und ich dachte, okay, jetzt ist der ganze Scheiß vorbei. Wir standen an der Straße, ich dachte mir, okay, jetzt sind wir draußen, jetzt höre ich Autos, alles ist gut, ich moderiere das Video ab, ich werde das ganze Ding hochladen. Also, wir sind jetzt hier draußen an der Straße angekommen, quasi in Sicherheit. Ich weiß, wir waren nie wirklich in Gefahr, weil das sind einfach meistens Kinder oder Jugendliche, die sich einen Spaß erlauben. Das ist ja der Trend aus Amerika, der quasi jetzt durchsickert nach Deutschland. Ich weiß, einige finden es witzig, aber das Selbstmiterleben ist... Guck mal die Kamera her. Guck mal die Kamera. Dicke, das ist so gruselig ohne Spaß. Dicke. Jetzt denkt ihr, das war das Video? Jetzt seid ihr so naiv zu denken, dass das alles war? Nein, der kranke Scheiß kommt noch. Dicke Fahrerfahrer. Spaß, Mann. Das ist echt... Das ist echt nicht... Ohne Spaß, das ist safe. Guck mal, er macht nichts, er steht nur rum. Irgendein Drecksjugendlicher, der denkt, ey, ich mache mir den Spaß. Ich gehe jetzt in den Händen, Dicke. Sicher? Ja, sicher. Bleib mal. Okay, wenn du in der Meinung bist. Dicke, das ist ein Kind. Yo. Yo, denkst du, das ist witzig, Dicke? Denkst du, ich habe Angst vor dir, du Dreckskind? Falls ihr euch gerade fragt, was passiert ist, der Typ hat ein Messer gezogen. Jetzt kommt sehr kranker Psychoscheiß. Und wer allgemein schwache Nerven hat oder Angst vor Clowns und dem ganzen Scheiß, der sollte sich das jetzt nicht anschauen. Du musst fahren. Was will der? Schließt ab, schließt ab, schließt ab, schließt ab. Dicke, schließt. Schließt ab. Was will der? Der ist ja auch abgeschlossen. Du scheiße, Alter. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ich schläg mein Lied. Was war das? Was? Was ist los mit den Menschen, Mann? Okay, das ganze Video war komplett fake. Man kann Leute leichter manipulieren, als ihr denkt. Alle schlauen Leute und alle, die bis zum Ende das Video schauen und meinen Humor kennen. Tut mir einen Gefallen. Für die ganzen Menschen, die in den Kommentaren auf Sherlock Holmes tun und schreiben, ey, das ist fake, sendet denen einfach genau diese Stelle im Video als Antwort. Das war's. Ich hoffe, dieses Video konnte euch unterhalten, denn nur darum ging es mir gerade. Und ja, ich denke, ich habe einen guten Job gemacht. Bis bald. Bis bald. Digga, ohne Spaß. Ich weiß, dass du es bist. Ich habe trotzdem Angst. Guck mal zu mir rüber einmal. Ach du Kacke.